Komm schon, Liebling. Komm, wir könnten uns doch einfach verloben. Du sagst jetzt... Okay, du sagst... Chelsea, willst du mich heiraten? Keine Angst, wir legen noch keinen Termin fest. Du... du kaufst mir nur den Ring. Okay? Vier Karat, farblos, Güte Klasse E, Reihenheit VVS1, Mahatschliff. Und dann... dann sag ich dazu keinen Ton mehr. Wir haben uns doch noch gar nicht richtig kennengelernt. Aber hey, zumindest weiß ich jetzt, was für eine Sorte Brillanten du bevorzugst. Du bist wahnsinnig... unwitzig.